Heute ist das Wasser warm, heute kann es nicht schaden. Schnell hinunter an den Strand, heute gehen wir baden. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Auswanderer Türkei. Hier seht ihr immer aktuelle Videos rund um Siede, Kumkoy oder Efrenseki. Wir haben heute Sonntag, den 23. April 2023. Es sind 21 Grad, aber in der Sonne fühlt sich das schon wie Hochsommer an. Seit ca. einer Woche sehen wir von unserem Balkon die Fallschirme hier vom Paraseiling. Darum möchte ich heute einmal hier in Siede am Strand vorbeischauen, wie viel da los ist. Die türkischen Familien nutzen den Sonntag, um raus in die Natur zu gehen. Dabei treffen sie sich, wie hier, zum Picknicken. So, weiter geht's. Ihr wollt ja den Strand sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wassertemperatur beträgt aktuell 23 Grad. Viele Urlauber nutzen auch schon die Gelegenheit für die ersten Sprünge ins kühle Nass. Für mich persönlich wäre das allerdings zu kalt. Die Wassertemperatur beträgt auch schon die Gelegenheit für die ersten Sprünge ins kühle Nass. Die Wassertemperatur beträgt auch schon die Gelegenheit für die ersten Sprünge ins kühle Nass. Die Wassertemperatur beträgt auch schon die Gelegenheit für die ersten Sprünge ins kühle Nass. Die Wassertemperatur beträgt auch schon die Gelegenheit für die ersten Sprünge ins kühle Nass. Die Gelegenheit für die erste Sprünge ins kühle Nass. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.